hallo willkommen zu meinem video auf diesem kanal ja das hat wieder ein bisschen dauert mit den videos i'm so sorry aber ja ich wollte euch dieses mal meine meinungsgeschenke zeigen die ich zu weihnachten bekommen habe ja ich würde mir nicht mehr lange drum reden und fangen wir an zuerst mit dieser oh my god dieser wunderschönen gruppe von monsterei sie heißt posy aus dem film das große erschreckensriff ich lieb es die hat hier details so die kleine krone dann algen oder i guess ich soll euch weiß was das sein soll diese schönen ohrringe ja dann mache ich mal weiter ich habe hier noch frank stein bekommen ich falle den mal haben soll und habe hier zwei noch bekommen geht hier ein blitz an der seite haare finde ich mega ja drin war die hatte ein ständer drin was die andere nicht hatte aber sind schlimm und posy hatte noch drin ihr taggebuch ja was ich noch bekommen habe ich versucht euch zu zeigen die hat so schöne farben fokussiert das ja wenn ich es geschafft will ich jetzt auch noch ein make-up tutorial machen mit diesen farben ja und als allerletztes ist ein handy also damit für mich gerade habe ich zu weihnachten bekommen und ja das war's wenn ich meine meine monsterei sammlung zeigen soll dann schreibt mir meine kommentare das war's mit dem video ich hoffe ich hoffe es hat euch gefallen und ja guckt beim nächsten mal vorbei so abonniert meinen channel wenn ihr mehr sehen wollt und ja bis dann